Der Zeiger ist immer wieder weg, ne? Bei mir. Ja, das ist im Spiel bei mir auch. Mal ja, mal nein. Fürchterlich ist das. So Siegien, viel Spaß. Danke dir auch. Hoffe ich, das wird was. Yellow flag set to one. Good starts, keep it up. Sector one is clear. Yellow flag set to two. Oh, der hat rausgeflogen. Martin K. Ne, Semmler. Martin K. ist zweiter. Ja, Martin K. ist aber abgeflogen kurz. Ne, der Semmler. Der war zweiter. Er. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. . 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 Gut, in all three sectors. The outer Martin Cain behind is now 1.2 seconds. You've got ten minutes left, ten minutes to go. Okay. You've got ten minutes left. 1.00. Zero. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 You're leading. Sector 1 is yellow. Sector 1 is clear. Okay Thomas, halfway home. Fuel looks good. Sector 1 is clear. Sector 1 is clear. You've just done a 154.19. Sector 2 is clear. 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 Sector 1 is clear. Sektor 1 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 Sektor 1